So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich wo es kauft bei einem Verkaufsautomaten eine Waffe, die mindestens selten ist. Ihr seht schon, wo ich bin. Ich bin hier bei Camp Cuddle, natürlich da, wo ich mir die exotische Waffe eben gekauft habe. Jetzt geht ihr einfach genau auf der Insel zu dem Automaten, guckt, dass der selten ist, einmal zuschlagen und zack, habt ihr auch die 20.000 BXP. Okay, ich bin damit jetzt Level 106, kriege noch zwei Chips mit, also in dem Sinne, kann man machen und achtet drauf, falls ihr noch die, ähm, sagt schon, ah, nicht TNT, meinst du, ich komme jetzt wieder drauf, wie heißt es, lol, eben war da noch was anderes. Falls ihr halt auch, ach, der Meilenstein, den Meilenstein könnt ihr ja auch erledigen, wenn ihr einfach zehnmal hier die Munitionsdinger rauskauft, weil das zählt halt jedes Mal als Kauf von den, ähm, am Automaten. Ihr müsst nicht immer am Automaten eine Waffe kaufen, also den Tipp kann ich euch auch noch mitgeben. Aber ihr habt gesehen, so könnt ihr euch halt ganz easy die XP am Verkaufsautomat abholen und ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Wenn ja, gerne einen Like da lassen, gerne ein Abo raushauen und in dem Sinne, bis zum nächsten Video und haut rein.